wollen wir gleich immer hier an den türmen kommen ja auch und dann können wir mal gucken und hier vorne sind auch die wachtürme naja hier geht es richtung ausgang ja 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 noch keinen gesehen aber hier hast du mal zwei skeffys auch noch ehrlich ja ja hier sparen wieder skeffys haben wir ganz entspannt hier immer gemacht dann könnten wir die hittenssessel noch mitnehmen ja können machen guck mal nach hinten ob die nicht hier lang pushen und das gleiche vorhaben wie wir die session bei dem macht ja nicht nur unten den baum stamm guck mal dass der mich triggert hier vorne ist er ganz hier vorne links hier vorne links hier vorne links bei mir das ist auf mich getriggert hier an den autos steht er ich sehe ihn oder ist er nach hinten gelaufen ich habe ihn noch gehört kann hier hinterm bus sein denke dass hinterm bus möglich er hat zwischen den autos gesessen und ich habe ihn nicht gesehen ja dann hätte ich gesagt dann gehen wir weiter hier wohin na hier auf meine seite hier richtung customs customs den ausgang da sind auch immer noch zwei skeffys eigentlich wenn du dabei bist hoffe ich schon also ich habe da seit jahrentag keinen mehr gesehen eigentlich immer wie gesagt muss natürlich immer die sparen zeitpunkt und mit lücke ein bisschen aber wir sind echt einer auch mit hut und drei meter vor dir gnadenlos in die knie gegangen hast ihm sein krasselm abgenommen das war da hinten also noch weiter wenn du den meinst da in so einer kleinen senke mit so einem gebüsch drumrum ja da können wir uns hinten lang schleichen dann gucken wir mal zum sniper berg und so genau gucktag habe ich nämlich auch nicht sehr gut siehst du geil oh da ist einer ja da rennt er schon rüber siehst du gar nicht du bist das geflüsterer ja es ist kacke man hier sehen uns direkt wo sind jetzt sind die rand na hoch ernst ich muss ja mit als backup kommen ja erst hinter dem hinter dem ding ist gleich tot hoffe ich dahinter der wand hier dann steht er dahinter sich erledigt für den meister dann hast du vielleicht glück denn snipers sind zwei oben auf dem felsen und drei können unten am bunker spawnen hatte ich gestern auch nicht also da war keiner am bunker oben auf dem auf dem felsen war meistens nur einer ja man muss halt immer positiv sehen ein kleinvieh macht auch müssen ja aber ey das zog sich so ekelhaft lang zweieinhalb stunden für zwölf skefs aber das war nicht mehr feierlich aber jetzt bist du ja mit der jetzt habe ich hier zum ersten mal wieder skefs gesehen unten am turm und oben an der straße habe ich ja noch nie also schon seit ewig ich habe hier meinen skef geil dran und meinen neuen duft naja bin gespannt jetzt gestern hatte ich keinen scope heute habe ich ja wieder bloß iron side achso den sniper jetzt da sieht man gleich wieder also muss ich gucken dass er auf mich getriggert ist naja ich hörsche mich an weiß nicht ob der schon tot ist auf jeden fall liegt er hier vorne irgendwas mit der mitte vom fels aber ich sehe es nicht ja 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 der lebt noch aber der muss schon vorher auf was anderes sein darf mich da musst du sagen sonst wenn ich dir ich hörsche mich an meine pürscher stelle oha jetzt ist er auf mich getriggert ne erpresst ich komme mir an die hand ne nein aua schieß ihn ab erhitelt mich warte warte ganz brutals brutals sehen gerade gar nicht wo ist er denn hin ach da ist er alter hat er mir gegeben ey was trifft denn mich hier noch au ist tot oh ey oben ist tot ich lieg im gebüsch alter wie sieht er mich denn alter hört doch auf zu spinnen bsg alter so ein scheiß track junge die büsche büsche twiggern die durch das ist völlig behindert du lebst aber noch her ja es war knapp aber hätte mir richtig getroffen auf dem kopf wäre ich weg gewesen arme schwarz alles schwarz also nur die arme ey so ein asozialer scheiß ey das kannst du auch nicht bringen ey warum geh ich in deckung er trifft mich einfach und auch so leise alles dieser sound ich verstehe das nicht gibts gibts ihm nicht wie gesagt schmeißt du erstmal irgendwo hinterm ding so am besten wenn du die büsche da sehen die dich durch aber das ist ja schon immer so ja aber warum die schüsse auch nicht mal lauter ist das bei dir auch so leiser bei mir ist ganz normal ey ich hab die schüsse kaum gehört irgendwie ey da ist ein baum vor mir und ein gebüsch ich lag im gebüsch und ein baum vor mir und dieser idiot schießt durch alles durch er sieht mich durch alles durch das kann nicht wahr sein hier selbst wenn ich hier gelegen hätte hätte er mich nicht sehen dürfen aber ich lag ja noch weiter hier im gebüsch hier hier ist mein blut da siehst du nichts aber er trifft mich einfach ach hör auf alle die spinnen doch ey komm hoch jetzt hab ich natürlich meinen schönen Skepp verloren aber besser als mich abknallen zu lassen ja soll ich dann rüber oder wo bist du das hier danke Stali ja wir gehen rüber Joki grüß dich herzlich willkommen auch wieder keiner da hören wir doch auf wieder fleißig am questen ja da vorne ist jeder was hol ihn hol ihn hol ihn der ist auf mich gecheckert das ist tot ja sehr gut cool wir tun das mal eben mal an ja ja aber es ist halt ein Grashut gegen Helm ja ja Grashut wir sagen bloß Helm dazu naja aber der kann nicht viel kosten der macht auch nichts der tarnt nur der hält nichts ab das ist nur Mode mhm einfach nur für die Style-Punkte ja 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 die Skepp sind tot äh guck mal zum E-Werk tanken und dann ich würde die sonst bloß nochmal kurz anfummeln naja fummeln ja achso mit Sniper ist natürlich jetzt auch wieder wild ne ohne Long Range ne das geht schon wenn er mich nicht gleich wieder in Klump schießt ich krieg das schon hin also ich schieße ja auch auf Customs den Sniper vom Schornstein ohne Scope oder so aber ich brauche halt ich muss halt ne Chance dazu kriegen ich hatte ich an ich bin ja nur gerannt oh ich seh ihn seh ihn jetzt renne ich so weit nicht dass er wieder gleich getriggert ist naja ich muss mich gut positionieren jetzt rennt er weg der Idiot ja andere Seite rennt auch einer hast du ihn? warte den Sniper auch nicht jetzt andere Seite ist auch einer komm grad auf mich zu oder das sind Spieler siehst du ihn? ne wohnt andere Seite was heißt das? guck mal Richtung Küste ja das ist ein Skev mit ok komm mal hier zu mir her oh ja ich seh ihn ich seh ihn hol ihn der hat ne hat ne Killerkappe auf jetzt ist er grad hinterm Dings wo bist du? ich bin rechts von dir ok stein hast du ihn? ne er ist weggerannt jetzt rennt er da unten rechts ja warte ich push mal runter hier wo ich seh ihn am Mast ist er genau ja wir müssen aber aufpassen da ist auch mal ein zweiter noch hm aber der ist da wird er jetzt in der da oben oben drauf oben drauf da ist er weg scheiße ey war der das oder war das der zweite? das könnte auch der zweite gewesen sein ja das ist alles klingt fast nach spieler hm joch auf den Skev ballern ne der wird oha ach da ist er was du sag wenn ich soll ne? jetzt sehr gut man alter ja auf alle fälle schon mehr Skevs gesehen als gestern den ganzen Tag man ja und eigentlich müsste noch einer auf der anderen Seite stehen da ist auch noch so ein Felsen wenn du Richtung Tanker gehst quasi wo bist du? ich bin Richtung Tanker will ich jetzt schlägst du dich noch oder was? nö nö ich hab noch kurz ein Feuer geklippt noch wie gesagt da unten müsste eigentlich einer sein hast du ein bisschen gesprungen? ich bin gesprungen ja ja ok nö hier sehe ich keinen wo bist? ich lauf jetzt Richtung Tanker ach da ja eigentlich müsste hier vorne rennt eigentlich auch mal an dem Stein in Erinnerung aber hm ja aber wie schnell der wieder da hinten war wir haben ihn da nach rechts laufen sehen komm hin ist er auf einmal wieder links der Idiot naja mach bloß langsam da nicht das ist dann ok ja hm wo schwuck ich sie da rumliegen ich würde mich nochmal schnell einschmieren einschmieren naja willst du direkt runter zur Tanke? weil dann würde ich da nochmal rinjumpen wo 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 wo? Tanke rechts äh Richtung Felsen äh Richtung Meer nur gut dass du dich eingeschmiert hast ich habe es nicht ich weiß nicht ob ich ihn habe nein ich habe ihn nicht der lebt noch aber aber was Richtung Felsen oberhalb oder? ne so unterm Felsen Richtung direkt 12 Uhr zum Meer rüber direkt zum Strand rüber war der oben am Baum naja lass uns den mal pushen jetzt sonst wo bist denn du jetzt? ich bin hier ich bin unter dir links von dir wir werden eine Granate geschmissen hast du eine Granate geschmissen? ich 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 ah ok weil hier liegt was hier ist was tot wat wo ist was tot? oh also oh ich dachte schon ich kriege wieder Hits wo wo ist was tot? hier habe ich ihn irgendwo gesehen ist er runtergerollt ach hier das war ein CF-Spieler ne das war ein Spieler ne das ist ein Player von dir getötet naja klar du hast ihn ja auch noch nie mal gesehen ne da wird er sein können von der von der Dings hier von der Tanker? na von der Granate hätte er sein können ach so ne ja schmeiß die Schrotflinde weg sehr gut gg siehst du geht doch ja danke voll der Bursche M80 der war bestimmt schon im Dings so ne T-Kanne gibt's doch gar nicht ich werde mir auch sein Rick kreppen da hat sich der große Rucksack doch schon bezahlt gemacht noch anderen Spieler hat er auch schon noch Jusik was so ohne bei aber wahrscheinlich wird er jetzt schon in den Tank gewesen sein ich guck mal rein schnell guck mal rein brauchst du da noch brauchst du da noch ein Minütchen wahrscheinlich ich Ingeko Schmitter Junge hier ist noch einer irgendwo hat hier noch einen der hat geschossen er hat geschossen jaja Ingeko Schmitter Junge lass mich in Ruhe lass dich in Ruhe aber hast du sie nicht gesehen ne ach hinten zwischen Autos zwischen Autos Richtung Ausgang Ja wenn du ja sonst geh geh ran da ich seh nicht da ist doch das schwarze Auto wo der Skeffausgang ist hier ja hier jetzt geradezu hinter dem Jeep da hinter dem Jeep ist er ok Matze jetzt kommt er ok hast ihn? ja vielleicht die Kauleiste weggeschossen der ist mir direkt in den Schuss gerannt der Trottel wir lassen uns kurz raus hier oh ja oh fuck fuck irgendwas schießt du auf mich? naja wieder so ein Penner da oben oder Insel oder Insel oder Insel oder Insel na los du rennst ich bin schon am Ausgang ich bin schon am Ausgang hier oh ich hab wieder keine Ausdauer man ja ja ich aim mir kurz ab naja nicht so ein kleiner war doch ne gute Runde ja danke Papa war doch gut ja 5 6 Skeffis ich glaube 6 Skeffis wir haben schon die Hälfte waren wir schon ach ne wir haben ja was ein Spieler und 8 Skeffis ja geil naja siehste wir wären noch neu gewesen aber ich musste ja Rodion Sportsman mit der mit der Slug auf 71 Meter erschießen ja das war auch echt wichtig ich konnte nichts mehr machen ich hab ihn nicht gesehen weißt du und hab immer Hitze gekriegt das ist ja nicht geil ja halt ver Bis zum nächsten Mal.